Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel, Rollenspiel und Zwergenfreunde zu Spellforce, die Order of Dawn. Ja, unsere Armee ist gerade auf dem Weg. Wir müssen jetzt Uta seine Sachen zurückgeben. Habt ihr alles gefunden? Eure Ausrüstung ist komplett. Tiaras Segen sei mit dir, Krieger. Ihr dient einer gerechten Sache. Heute wirst du sterben, Ismael. Das schwöre ich beim Blute meiner Familie. Ja, so, er steigt auf seinen Greifen. Ist dann so ähnlich wie der Greifen-Avatar. Ja, das Duell von Uta und Ismael. Ein bisschen was haben wir ja hier noch zu tun. Oh, die haben hier unten auch alles. Da wächst das Boot selber nach. Und ja, der ist auf jeden Fall schneller mit seinem Greifen, als wir zu Fuß sind. Wir wollen ihm ja zusehen, wie er Ismael umhaut. War da doch irgendwo Eisen, oder... Ach, da wäre Eisen gewesen. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr so wirklich. Ne, weißt du was? Bogenschützen. 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 Damit wir gegen Leas Rächer... Das ist ein Ende, Totenbeschwörer. Meine Rache ist nah. Kommt nur. Gleich werdet ihr Bekanntschaft mit dem Tod schließen. Ja, ich glaube, Uta ist immun gegen die meisten von seinen Angriffen. Ja, er kann auch seine Geister one-shotten. Ja, zur Seite. Zur Seite. Nur jetzt trifft er gerade Ismael nicht mehr. Ah, jetzt trifft er wieder. Also ja, er macht Ismael definitiv mehr Schaden, als Ismael ihm. Einmischen möchte ich mich da aber nicht unbedingt. Befehlt. Was soll ich tun? So, Ismael ist down. Und wir haben... Ja, Suchtuchgangs Grab. Nun gilt es, Suchtuchgangs Grabstätte zu finden. Meine Rache ist vollstreckt. Nun kann ich heimkehren. Den Rest meiner Tage werde ich Tiara preisen für ihre Gerechtigkeit und Güte. Ich wünsche euch viel Glück, Freund. Da verlässt er uns. Ich höre. Nidhalf, Titan. Geh mal auf Tuchfüllung. Füllung. Oh, der nimmt doch guten Schaden. Halte durch, Männer! Lasst sie nur kommen. Ich höre. Die Ahnen rufen uns. Feindlicher Angriff. Die Ahnen rufen uns. Lasst sie nur kommen. Hast du ja, Schaden? Gibt's genug. Kommt nur her. Es sind zu viele. Lasst sie nur kommen. Schließ die Reihen. Okay, zwei haben wir da um. Das ist eine Falle. Die Diener der Nacht sind hier. Geht es los? Das ist euer letzter Fehler. Wobei im Nachkampf sind sie nicht mal so stark. Ich höre aus dem Bild. Gut. Das heißt, wir gehen uns jetzt Leas Grab angucken. Eine Grabstätte ohne Namen. Sie trägt allerdings das Wappen des Hauses Muir. Vorsicht, Gegner! Macht Platz! Das ist ein Hinterhalt. Wobei, Lea alleine könnten wir tot kriegen. Ja, ist Platz! Runenkrieger! Ja, Lea kriegen wir alleine down. Die Linien müssen halten! Vorsicht, Gegner! Leas Brief für Shan. Leas Schmuckstück für Shan. Ja. Amra und Lea. Bringt Leas Besitzteamon zu Shan in Lianon. Leas Geist ließ einen Brief und ein Schmuckstück zurück. Shan in Lianon sollte als ihre Schwester diese Gegenstände erhalten. Vielleicht geben sie ja auch Aufschluss darüber, was geschehen ist. Okay, wir haben den zweiten. Ähm. Fragmenthüter besiegt. Ich höre! Zur Seite! Was soll ich tun? Los, Schwestern! Vorwärts, Schwestern! Ich möchte gerne... Ah, Beinschiehen einer Ritterrüstung. Anderes Zeug. Ich höre! Und ja, wir haben jetzt nicht aufgepasst, wo unser Greifenflieger hin ist. Wahrscheinlich zum Tor. Also zum Tor, wo wir rein sind. Und ist da wahrscheinlich jetzt despawned. Würde den meisten Sinn ergeben, würde ich sagen. Ja, das Mosaik wurde bereits ein Teilstück. Setzen wir das zweite ein. Ein Summen aus dem Untergrund wird lauter. Oh, da oben. jamen. Haha. Ja. beensend. Ja. 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 Und ja, wenn wir dann zurückkehren, sollten wir auch Utwins Geist besiegen können. Also wenn wir Lea ihr die Sachen geben. Ja, weil wir haben ja noch ein paar Quists hier offen. Ihr seid schwach! Nie teilst du mich rächen! Das ist eine Falle! Sie sind überall! Die Ahnen rufen uns! Schlagt sie zurück! Oha! Kommt nur her! Ich höre aus dem Weg! So. Zweites Fragment. Zauber und Ritter Sachen. Ja, drittes Teilstück einsetzen. Die Luft beginnt zu vibrieren. Au! Die Linien müssen halten! Doppelt dreifach hoch. Ja, zur Seite! Wer ruft mich? Ich find's schon mal interessant, dass der Letzte jetzt hier spawnt. Aus dem Weg! Und dass hier ein grausamer gespawnt ist, schon. Ich hab's nicht in Erinnerung. Ich dachte eigentlich, Sport am Schluss erst was. Ja, durch das... Äh... Durch die Verteidigung durch. Da haben wir ein bisschen was. Sogar Grausame sind mit dabei. Also ja, zurück ist unsere Armee stark. Ich hab halt grad keine Ahnung, was man mit dem Glimmenden Oktagon machen musste. Werden wir aber, glaub ich, alles sehen. Feldspinnenseite, dunkle Seite haben wir. Wir haben ein Teil Lichtseite. Die Erdenklinge. Geborste Zwergensachen. Ja, was Questgegenstände angeht, haben wir sehr, sehr viel. Wer ruft mich? Macht Platz! Und ja, mit einem grausamen allein können wir uns nicht anlegen. Aus dem Bild! Also wir alleine können uns nicht mit einem grausamen Mann legen. Der ist nämlich immer noch zu hoch im Level. Die Teile sind mich recht. Sie kreisen und seien. Ihr seid schwach. Feindlicher Angriff! Es sind zu spiele. Schlag sie zurück! Ihr seid schwach. Sie kreisen uns ein. Mehr davon! Los! Die Diener der Nacht sind hier. Die Teile sind mich rechnen. Sie sind überall. Ihr seid schwach. Wer ruft mich? Aus dem Bild! Sehen wir mal den Detail-Titan zurück. Der kriegt auch... Verstärm die Deckung! Kommt nur her! Man sieht die grausamen, die sind wirklich stark. Das ist euer letzter Fehler! Kommt nur her! So. Aus dem Bild! Zur Seite! Alles klar! Oh, Feuerband, Kampfschild. Exekutor. Noch einer. Gartenhelm. Alles klar! Ein paar Zauber. Wer ruft mich? Macht Platz! � Auf den Film! Hier in die Ehe. Wir haben hier rausgelegt.